Schön, dass auch einige, trotz der großen Hitze und direkt nach dem Ferien, den Weg hierhin gefunden haben, um einen Vortrag über Sinn und Unsinn der Energiewende zu hören. Wir haben einen Referenten aus dem Ausland gewissermaßen eingeladen zu uns, weil es ja das Sprichwort sagt, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Dazu leite ich dann zu mir über. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Hallo, mein Name ist Hako Latina. Ich bin Fraktionssprecher, Fraktionsvorsitzender der AfD, des Stadtverbandes hier an der Stadtverordnetenversammlung in Volkmassen und auch Mitglied des Kreistages und bin im Kreistag der energiepolitische Sprecher. Also wenn wir das unter uns gewissermaßen machen würden, würde ich dieses Thema abhandeln, aber mein qualifizierter Referent von außen tut uns für diese Geschichte ganz gut. Gut. Gleichzeitig begrüßen möchte ich auch noch den Fraktionsvorsitzenden vom Kreistag, den Herrn Stephan Ginder, der auch den Weg zu uns gefunden hat. Und die Listenkandidatin, Frau Claudia Papst-Dippel, die demnächst die AfD im Landtag vertreten wird. Ja, zur Organisation ganz kurz. Wir haben hinten zwei Kisten Getränke aufgestellt. Man soll also bei der Temperatur auch regelmäßig und viel trinken. Bedienen Sie sich herzlich gerne, falls mal ein Bedürfnis äußerlicher Art entsteht, und wir sind in den Gang entlang auf der linken Seite. Und dann bin ich aber auch nur wenig Zeit verstanden, um dem Herrn Göbel viel Zeit zu ermöglichen. Warum sind wir heute hier? Hier ein Stückchen oberhalb von Ehring, so ungefähr einen Kilometer außerhalb des Ortes, stehen seit 1997 fünf alte kleine Windenergieanlagen. Damals waren somit die ersten, die aufgebaut wurden, riesige Monster. Inzwischen hat man sich an deutlich andere Größen gewöhnen müssen, will ich mal sagen. Und die Betriebszeit dieser Anlagen ist abgelaufen. Die sollen, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, repowert werden. Das heißt, die sollen abgebaut werden und statt der fünf kleinen Anlagen sollen da in der nächsten Zeit drei Großanlagen hingebaut werden. Was heißt größer? Nur der Rotorisch? Große Anlagen heißt, dass die, wenn der Rotor nach oben zeigt, 240 Meter hoch sind. Also ich glaube, die Anlagenhöhe, die Nagenhöhe liegt bei 180, 190 Meter und diese Rotoren sind so 50, 60 Meter lang. Also so vergleichbar etwa mit diesen großen Anlagen, die da am Uldeserberg stehen. Ich glaube, nochmal zehn Meter höher. Ja, und das ist in unseren Kreisen, will ich mal sagen, wir hatten in Herrn Höbel schon den Kreistag vor fünf, sechs Wochen gehabt und wir hatten schon andere Vorträge und das steht bei uns, bei uns heißt es bei der AfD auch im Programm drin, länger bekannt, schon intensiv bekannt, dass eine sichere Stromversorgung mit solchen Windrädern und Photovoltaikanlagen und anderen sogenannten erneuerbaren Energien praktisch nicht möglich ist. Man muss also neben diesem Stromsystem, die gleiche Menge an konventioneller Energieerzeugern daneben stehen haben, damit eben nicht alle Momente Strom ausfällt. Und warum das so ist und welche Gefahren da eventuell tun und was für Kosten eventuell entstehen, zusätzliche Kosten, die eigentlich aus dem Nichts auftauchen und nicht unnötig sind, das wird uns jetzt Herr Höbel sagen in einem spannenden Vortrag. Ich habe ihn schon einmal genießen dürfen und anschließend wollen wir uns dann so ein bisschen darüber unterhalten. Stellen Sie gerne kritische Fragen, damit wir unser eigenes Wissen auch immer wieder mal wieder prüfen und sagen wir mal nicht in eigenen Saft schmoren. Und zeitmäßig haben wir eben so gesagt, wollen wir uns zwischen Neuen und Vögel wieder nach Hause gehen. Ganz zum Abschluss der Veranstaltung wollen wir dann noch, wir, das heißt die Fraktion der AfD in der Stadtverordnetenversammlung, Ihnen einen Antrag für die nächste Stadtverordnetenversammlung vorstellen. Was wir vielleicht erreichen können, um den Neubau, naja, ich will mal, sagen wir mal, ganz optimistisch sagen, zu verhindern. Oder dieses Repower zu verhindern. Ja, das wäre das von meiner Seite. Viel Spaß. Vielen Dank, Herr Höbel. Ja, begrüße Sie auch nochmal. Mein Name ist Achim Höbel. Zu mir persönlich, wenn wir uns mal im Werdegang, Abitur, ich bin Fernmeldetechniker, Berufsflugzeugführer, Ingenieur für Lüft- und Raumfahrt. Die letzten 20 Jahre betreiben wir eine eigene Theorie-Schule für Luftfahrer, meine Frau und ich. Bin also zugelassen und auch Dozent an der Fachhochschule für Luftfahrt, für Meteorologie, Elektrotechnik, Navigation, Aerodynamik. Und ich denke, ich weiß also, wovon ich rede. Zu dem Thema bin ich gekommen, als vor vier Jahren, direkt vor der Haustür, die Planung begonnen, Windgrafenanlagen im Wald aufzustellen. Im Wasserschutzgebiet, Klasse 2 und 3 A. Und jetzt sehen wir es ja, die Brunnen sind leer. Und wenn man dann aber noch 90.000 Quadratmeter Wald abholzt, gehört ja zum Allgemeinwesen. Der Wald sorgt ja auch dafür, dass die Feuchtigkeit im Boden gespeichert bleibt. Und wenn man dann natürlich im Wald drunter 90.000 Quadratmeter Wald ummacht, dann wird auch der Speicher kleiner und dann sind die Brunnen auch eben noch eher leer. Ja, zu der Energiewende selbst. Das sind die Themen, die ich mehr oder weniger kurz anweisen will. Also die Energiebörse, ein erinnernbarer Energiegesetz. Und gehen wir kurz auf die Gesetze der Physik ein. Dann stelle ich Ihnen etliche Folien vor, produzierter Strom versus Verbrauch der Stromkosten der Energiewende. Warum jetzt zum Beispiel der Patrick Murr, Mitbegründer von Greenpeace, durch die Lande tingelt, und auch von der CO2-Lüge redet. Dann den Klimawandel, der ändert sich, aus klimatischen Energiewende. Und dann die nachgewiesenen gesundheitlichen Fahrten, die VK. Das heißt, da ich aus der Luftfahrt komme, bin ich darauf erpicht, nehme ich darauf aus, nicht mit Vermutungen oder Wahrscheinlichkeiten da umzugehen, sondern nur an Fakten orientiert zu argumentieren. Und Sie werden das hier auch bei mir im Vortrag jetzt feststellen. Das, was ich Ihnen zeige, das sind also alles Fakten. So, also das Erste, was man heute wissen muss, diese sogenannte Struktur mit der Energieversorgung. Wir haben in Leipzig eine Energiebörse. Und das ist eine richtige Börse. Da wird also wieder Strom gehandelt, mit Put- und Call-Aktionen und so weiter. Die hängt an der Zürich-Börse dran und ist damit eine Tochter eigentlich von der Frankfurter Börse, von der deutschen Börse. So, das nur mal ganz kurz, weil dem manchen ist das hier gar nicht bekannt, dass Strom heute eine Handelsware ist. So, das ist ein erneuerbarer Energiegesetz. Was verbirgt sich dahinter? Das heißt also, es gibt ja heute diese Ausschreibungsverfahren. Projektierer müssen dann daran teilnehmen. Sie müssen Gebote abgeben für diese Windenergie. Und wenn Sie dann den Zuschlag aber bekommen für den Betrag XY pro Kilowattstunde, dann wird Ihnen dieser Vertrag für 20 Jahre garantiert. Also eine Preisgarantie von 20 Jahren. Sie haben außerdem, muss die Anlagen, die überall irgendwo abgeschaltet werden, sondern dann, wenn wir einen starken Wind haben, dann bekommen Sie trotzdem den Preis bezahlt, als hätte die Anlage mit Volldampfstrom geliefert. Das heißt, obwohl kein Strom produziert wird, wird er trotzdem bezahlt. So, um die ganze Thematik erstmal zu verstehen, das Ganze basiert ja nun darauf, dass der Wind diese Windräder antreibt. Hat also was mit Geroginavik zu tun. Wie geht das überhaupt? Der Wind selbst oder die Atmosphäre selbst hat ein wahnsinns Gewicht. Geschätzte 5000 Millionen Tonnen. Im Erspielniveau haben wir einen Druck von einem Bar, wenn Sie Autoreifen aufpumpen, das entspricht dem Druck von einem Kilogramm pro Paragatzentimeter. Das heißt also, diese Atmosphäre, das ist schon eine richtige Masse. Die setzt sich zusammen aus 21% Sauerstoff, 76% Stickstoff, 1% Ebenengase und Spurengase. Und das CO2 nimmt, stand heute, 0,056% an dieser Gesamtatmosphäre. Also um 0,056% macht das CO2 an der Gesamtatmosphäre aus. 98% von CO2 ist in uns in den Weltmeeren gespeichert. Ja. Woher kommt also der Wind? Das ist jetzt der zweite Satz, der Thermodynamik, gibt da also eine plausible Antwort. Wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten jetzt hier zwei Wasserbehälter. Der ist ganz voll, eine Regentonne, die ist ganz voll und hier haben Sie auch einen, die ist leer. Sie verbinden die hier unten jetzt mit einem Schlauch und da hängen wir jetzt hier ein Messgerät inzwischen. Da werden Sie feststellen, dass Sie hier an den Punkten enormen Druck haben. In dem Moment, wo Sie den Hahn aufdrehen und die beiden sind gleich voll, egal ob die halb oder ganz voll sind oder nur viertelvoll, werden Sie feststellen, dass Sie hier unten keinen Druck mehr haben. Druck ist null. Und genauso funktioniert das in der Atmosphäre, das heißt, wir haben in der Atmosphäre immer Hochdruckgebiete und Tiefdruckgebiete. Hochdruckgebiet heißt, da haben wir am Boden einen höheren Luftdruck und in dem Tiefdruckgebiet haben wir einen niedrigeren Luftdruck. Das liegt daran, dass bei einem Tiefdruckgebiet die Luft durch Zufuhr von Feuchtigkeit zum Beispiel, denn feuchte Luft ist leichter als trockenen Luft, aufsteigt. Auf den Nahrhandskugeln dreht sie sich dabei entgegengesetzt zum Uhrzeiger sind und in dem Hochdruckgebiet da haben wir absinkende Luftmassen. Wenn Sie jetzt absinkende Luftmassen haben, dann werden die in dieser Atmosphäre immer mehr verdichtet, werden dabei heiß und können dann natürlich auch mehr Wasser dann speichern. Und dann am Boden versucht die Atmosphäre immer einen Ausgleich zu schaffen, indem die Luft vom Hochdruck zum Tiefdruck strömt. Das muss man halt mal ganz einfach wissen. Nun gibt es hier die Aussagen, von denen die unsere Windkraft immer noch ganz hoch stellen, irgendwo wie immer und Windkraft funktioniert aber nur, wenn es ein europareines Netz gibt. So, dazu zwei Sachen. Das hier, das ist also eine Wetterkarte und dann sehen Sie hier rot umrandet ein Hochdruckgürtel. Sie haben hier einen Hochdruck und hier einen Hochdruck. So wie das jetzt zum Beispiel in den ganzen Juli war. Und das hier, diese Linien hier, das sind die Linien, die die Orte mit dem gleichen Luftdruck miteinander verbinden. Wenn Sie hier oben diese Linien sehen, hier, da liegen die Linien ganz eng beisammen hier. Diese Linien nennt man Isobaren, Iso von gleich und bar von Druck. Also die Linien gleichen Drucks. Und jetzt wissen Sie ja, wir haben aber nur dann Wind in der Atmosphäre, wenn wir auch genug Druckunterschied haben. Das heißt, Sie sehen auch hier, dass wir hier über ganz Europa, so wie jetzt im ganzen Juli, nicht einige Isobare liegen haben. Das heißt, wir haben in ganz Europa keinen Druckunterschied. Und das heißt, wir haben auch in ganz Europa keinen Wind. Das wird Ihnen jeder Meteorologe ganz einfach bestätigen. Das war jetzt im Juli wieder ganz gravierend. Und so seht ihr jetzt hier diese Karte, diese Flipchart hier, die zeigt Ihnen folgendes. Hier oben, diese hohen Linien, das ist die installierte Nennweise. Das heißt, würden alle 30.000 Windkraftanlagen mit Volldampf laufen, dann würden wir hier 55.000 Dkw Strom daraus erzielen. Das heißt, diese runde Linie hier, das ist der Anschlag hier oben. Das ist das, was die derzeit im Betrieb befindlichen 30.000 Windkraftanlagen maximal im Strom liefern können, wenn der Wind starker ist. Das hier unten, das Dunkelblau, das ist das, was sie tatsächlich produziert haben. Im Juli 2018. Das heißt, der Kraft, eine Riesenlücke. Wenn Sie das in Prozentzahlen ausrechnen, hatten wir im ganzen Juli von dem ganzen Energiebedarf, der da war, wurden nur 1,4% durch Windkraft gedeckt. Nur 1,4% von der ganzen Energie, die wir gebraucht haben, wurde im Juli durch Windkraft gedeckt. So. Und das ist das, wo jedem einleuchtet. In diesen Zeiten, wo wir hier auch nichts haben, da muss ja trotzdem die Energie irgendwo herkommen. Es sei dann, denn man ist so der Meinung, wie der Herr Al-Wazir, der sagt, es ist ein unwahrscheinlicher Luxus, 24 Stunden am Tag, sieben Tagen, die wollen Strom zahlen. Das haben 97% der Menschheit nicht. Auch wir müssen uns davon verabschieden. Die Industrie muss lernen, dann zu produzieren, wenn Strom da ist. Und wenn die Tiefkühltruhe auf minus 30 Grad gekönt wird, dann macht das nichts, wenn mal zwei Tage kein Strom da ist, dann ist die ja immer noch bei minus 18 Grad. Aussage von Herrn Al-Wazir im hessischen Landtag. Und das meint der Ernst. Ja, das meint der Ernst. Und hier sehen Sie jetzt das ganze Europa weit. Das heißt, hier das hellblaue ist der Wind Germany und das dunkelblaue ist der Wind Europa und hier stehen die Länder drin. Und da sehen Sie, das ist genau dieser Zackelsprung. Und das ist der Grund, warum einfach jeder sofort erkennen muss, mit der Windkraft selbst können wir, wenn wir keine Speichermädchen haben und da ist überhaupt nichts in Sicht, können wir keine Energieversorgung sicherstellen. Das ist eine ganz einfache Inselbeisreitung. Ist hier an jeder Chart nachzusehen. Jetzt kommt aber noch hinzu, dass wir mal im Januar 2017 haben wir eine sogenannte Dunkelblau. Das heißt, eine Inversionswetterlage, wenn wir in Münter ein Hochdruckgebiet bekommen und die Luftmasse sind relativ kalt und drückt die Luft von oben nach unten, jetzt kann diese Feuchtigkeit da drin nicht mehr gasförmig gespeichert und dann fassen kondensiert aus und haben wir Nebel oder Hochnebel. Und durch diesen Hochnebel werden die Sonnenstrahl nach oben reflektiert und diese Hochdruckgebiete, die haben auch Ausdinnungen von ganz Europa und dann haben wir auch wieder keinen Druckunterschied und dann haben wir auch keinen Wind. Und das war also hier die Situation. Hinzu kommt, dass dann die Solarenergie auch tagsüber komplett ausfällt und da haben wir dann hier die Zeiten gehabt, wo das Netz kurz vor dem Zusammenbruch stand, weil einfach so gut wie überhaupt nichts von Wind- und Sonarenergie da waren. Es lag unter einem Prozent. So, das war der Strombedarf, 72,9 Gigawatt. Durch Wind und Solar produziert noch nicht immer ein Gigawatt. Wind und Solare, die führten über einen Zeitraum von sechs Tagen und pro Tag nur 1,4 Prozent des Strombedarf. Die Folge war, dass wir Atomstrom aus Frankreich importieren mussten. So, und hier sehen Sie jetzt Gegenüberstellung meiner Folie, Verbrauch und die Einspeiseleistung. Den ersten Teil der Folie kennen Sie. Hier oben haben Sie jetzt die installierte Leistung. Das wäre die maximale, wenn wir mit Volldampf laufen. Das dunkelbrau hier, das ist der Verbrauch. Das gelbe hier, das ist Photovoltaik, also die Solarenergie. Und das hellblaue hier unten, das ist die Windenergie, und zwar on- und offshore. Das sehen Sie, da klappen riesen Lücken. Riesen Lücken. Ich habe Ihnen eingangs gesagt, dass dieser Strom ja an der Energiebörse in Leipzig gar nicht wird. Und wer sich ein bisschen mit Börse auskennt, Sie können da Put und Call, also auf Verlust oder Ding setzen, und können dann mit Hebel arbeiten an der Börse und können auf diese Art und Weise da also ganz toll mit diesem Stromangebot auch spekulieren. Aber eine Gesetzmäßigkeit können Sie nicht aushebeln, nämlich dann, wenn irgendwie das Angebot überproportional groß ist, und das ist, wenn da richtig Wind weht, dann haben Sie so viel Strom, dass Sie den überhaupt nicht mehr verbrauchen können. Sie sehen, das ist hier das Maximal an Not, und dann liegt das hier oben. Und dann müssen wir diesen Strom im angrenzenden Ausland verkappen. und das angrenzende Ausland nimmt uns diesen Strom nur noch ab, wenn wir in Agenda zubezahlen. Das heißt, wir bezahlen Strom dafür, bis das angrenzende Ausland uns diesen Strom abnimmt. Und hier kommen wir bei eine sehr interessante Sache, wo man auch sieht, das scheinert an den Gesetzen der Physik. Das zeigt Ihnen diese Folie hier, wie viel Energie woher kommt. Das heißt, das Rote hier unten, das ist die Kernenergie, dann haben wir hier, das ist die Braunkohle, das haben wir die Steinkohle hier oben, das Hände, das ist Solar, und dann haben wir hier den Wind, das kleine Graue hier oben, das ist der Wind und das können Sie uns alles zusammennehmen. Das hier oben, das ist Wind und dann haben wir noch Solar, das ist hier oben das drauf. Das heißt, wenn Sie jetzt hergehen und dieses Stück hier oben nehmen, das ist das, was wir jetzt an Wind und Solar, an Energie zur Verfügung haben. Und jetzt räumen viele Politiker dafür, wir schalten die Kernkraft ab, wir steigen aus der Braunkohle aus, wir steigen hier auch noch aus der Steinkohle aus, das heißt, Sie wollen dieses ganze Stück hier, das wollen Sie durch das hier oben ersetzen, brauche ich Ihnen nicht zu erläutern, das wird nicht funktionieren. Es wird ganz einfach nicht funktionieren. Diese Energiewende wird Krachen scheitern, und zwar an den Gesetzen der Physik. Das heißt, 30.000 Windkraftanlagen können die Energieversorgung durch den Ansatz sicherstellen. Jetzt ist die Regierung, Herr Hengenberg hat gesagt, die Windkraft wird vervierfacht. Also, na, magt wen, als wir unser Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir die Ansprechung. Das heißt also, man geht jetzt her und sagt, keine 30.000 Windkraftanlagen, sondern 120.000. Dabei vergisst man jetzt einfach keinen Wind, keinen Strom. Dieses Gleiche gilt immer. und da wird sich auch nichts ändern, wenn ich jetzt hergehe, und ich hätte 20.000 Windkraftanlagen habe. Das Einzige, was sich ändern, wird die Zeiten mit Überantropolen, die dann explodieren, wenn dann noch wirklich Wind lädt, und die Kosten für das Verkappen im Ausland, die dann noch enorm zunehmen. Das heißt, wir benötigen ein komplettes zweites System, aus konventionellem, Steinkohle, Baunkohle, Pumpwasser, was alles es gibt, damit wir eine Energieversorgung sicherstellen können. Es sei denn, dann macht das wieder heranweis hier und sagt, okay, Leute, ist halt nicht, müssen wir uns dann gewöhnen. Dann geht es halt nicht so. Hier sehen Sie die Zunahme der installierten Leistung. Hier sehen Sie die Zunahme der installierten Leistung. Und hier unten sehen Sie die Zunahme von der erbrachten Leistung. Wenn Sie die beiden Kurven hier vergleichen, was retten wir Ihnen da hier auf? Hier oben, das steigt rapide an, während das hier unten an Lohnäßig zunehmen. Das beweist wieder mal, Sie können noch so viele Windkraftanlagen bauen. Wenn Sie keinen Wind haben, haben Sie keinen Strom. Und wir haben hier im Land südlich von Hannover sind 90% der Windkraftanlagen defizitär, weil der Wind einfach zu gering ist. Hier vorne sind noch zwei ganz befreit. Danke. Auch hier sehen Sie, das waren so die Maximumwerte mit Energie. Und zwar war das am 29. oder 28. März 2016. Da war das immer außergewöhnlich viel, weil da hat man richtig Wind gehabt. Und was ist passiert? Malten mehr Windkraftanlagen und obwohl Baumkohle, Steinkohle getrossen wurde, war das Übereingebot da. Sie haben hier gesehen, die Installierungsleistung ist ja viel höher als das, was wir brauchen. Und wenn dann mal Wind da ist, dann haben wir mit einem schnachsuchen Energie, dass wir die überhaupt nicht verbrauchen können. Dann wird die ins Ausland verkackt. Und dann ist der Folge, dass an der Börse der Preis uns negativ rutscht. Wir haben zu viel Strom da. Kommt auch vor. Und dann gibt es nach Abner bezahlende wirklich Millionen. Wirklich Millionenbeträge dafür, dass das angrenzende Ausland uns diesen Strom, den wir zu viel haben, in der letzten Nacht abnimmt. Das war also hier zum Beispiel der Fall an diesem 28. Da waren einen Tag 1,4 Millionen Euro mit zu bezahlen, bis das angrenzende Ausland uns den Strom abgenommen hat. Dann gibt es dann auch so ein Datum. Gehe ich drüber weg. Hier haben wir 5,1 Millionen bezahlt. Das war im Mai 2016. Und dieses Jahr am 1. Mai, weil wir die Anzahl der installierten Annahmen immer dazunimmt, am 1. Mai, am Tag der Arbeit 2018, haben wir 40 Millionen Euro dafür bezahlt, dass das angrenzende Ausland uns den Strom abgenommen hat. Und all das bezahlen wir über die EEG-Umlage mit. Wir in Deutschland haben mittlerweile in Europa mit Abstand die höchsten Strompreise mit Abstand. Das heißt, diese 40 Millionen hier, die haben wir nur einen einzigen Tag bezahlt. 2016, was ist denn die Energiewende? Nach Rechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft 31 Milliarden Euro. Das ist diese Zahl hier, 9-0. 31 Milliarden Euro pro Jahr, das sind 596 Millionen Euro in der Bau, 85 Millionen Euro am Jahr und 3,5 Millionen Euro pro Stunde. Das ist der Preis, den wir dafür bezahlen. Und das in Berechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft zur Energiewende. Jetzt kommt ein zusätzliches Problem hinzu. 1 Milliarde Euro wurde aufgewendet, um das Stromnetz von Weckraut zu bewahren. Warum? Wir haben hier ein 50-Hertz-Netz. Das heißt, 50 Spengel pro Sekunde. Und da ist eine Bandbreite drin von 49,75 bis 50,5 Hertz. Wenn ein Stromerzeuger außerhalb von diesem Bereich liegt, entsteht so etwas wie ein Kurzschluss. das Netz bricht komplett zusammen. Und wenn dieses Netz erst mal komplett zusammenbricht, dann dauert das Wochen, bis Sie das wieder hochfahren können. Das Problem ist nämlich, diese ganzen Anlagen zu synchronisieren. Sie müssen diese Anlagen alle in Phase haben. Und haben heute pro Tag über 1000 Eingriffe ins Netz, um die Sache stabil zu halten. Und mit jeder Anlage, die dazukommt, kommen da mehr Eingriffe ins Netz zu, meine ganzen Anlagen ein bisschen synchronisiert machen. Unsere Nachbarn, die gehen deswegen her und haben alle Nachbarn ringsrum quasi eingebaut. Die gehen her und sagen, Leute, wir nehmen euch schon so viel ab, auch wenn ihr uns das bezahlt, aber wir nehmen euch jetzt nicht mehr weiter unbegrenzt ab, denn unsere Umspeicherkraftwerke in den halten zum Beispiel, die sind ja schon unrentabel, die sind deswegen unrentabel, weil wir kriegen von euch ja nicht nur den Strom geschenkt, sondern ihr bezahlt ja noch dafür, dass ihr den Strom habt. Und dadurch, dass ihr uns diesen Strom, den Überschussstrom, auch noch bezahlt, sind bei uns die Pumpspeicherkraftwerke, die Staubkraftwerke alle unrentabel. Und hier müssen wir jetzt gegensteuern. So, 2015 subventionieren wir den EGD-Strom mit über 25 Milliarden Euro, an der Strombörse war nur 1,05 Milliarden mehr. 2016 24 Milliarden und 1,2 und jede weitere Anlage wird dieses Problem verschärfen und wir bezahlen. Wir bezahlen. Das Institut hier für Wendbewerbs ungenau in der Uni Düsseldorf kommt auf Gesamtkosten von 520 Milliarden Euro bis 2025. Nach Rechnung des Instituts hat das Experiment Energiewende von 2000 bis 2015 bis 250 Milliarden Euro kostet. Bis 2025 Euro macht 370 Milliarden Euro dazu. Wie kosten diese sogenannte Energiewende? Sie erinnern sich auf uns? Der Herr Tötting 2004 hat er propagiert die Energiewende mit einem Bürger nicht mehr im Monat Kosten die Einkommen reißen. Die richtigen Kosten haben Sie jetzt gesehen. Wie wollen wir die Wenden auch? Wir haben von 1998 bis 2017 einen Anstieg von 295% vor den Strompreisen und wir haben letztes Jahr hier auf dieses Dings nochmal 6% drauf gesammelt und dieser Strom wird jedes Jahr größer. Die alten Abgeschrieben Ineffizienten die Umwände am meisten belastenden Kohlekraftwerken werden als Stillreserve im Leerlauf parallel betrieben wenn wir den Strom haben und dann werden die auch noch bezahlt und dann sind die auch von der Ökonomie her total daneben weil im Leerlauf produzieren die Verschleichen schneller durch das ständige Auf- und Runterfahren Das war das was ich Ihnen gesagt habe vor 8 Jahren muss den Netzbetreiber ein bis zweimal im Jahr das Netz eingreisen heute pro Tag mit Haus Das ist ein Artikel aus der FAZ Stromnetz kurz vor dem Zusammenbruch Das deutsche Stromnetz hat nach Angaben des Netzes mehrmals kurz vor dem Zusammenbruch gestanden Es haben nur eh die Kropfen gefehlt dass er aus dem Überlaufen kommt Das heißt Blackout schreibt die FAZ Diese Blackout ich glaube da macht sich kaum eine Gedanken drüber was das wirklich bedeutet Da geht keine Tankstelle mehr Da geht bei der Polizei bei der Feuerwehr nichts mehr Wenn Sie sich vorstellen Sie haben den Strom komplett weg Und das über Wochen über Wochen Schleswig Holstein habe ich jetzt einen Zeitungsartikel gelesen Ich habe den hier noch nicht eingebaut In Schleswig-Holstein hat das Landesparlament jetzt den Beschluss gefasst für 10 Millionen Euro Notstrom Aggregate zu kaufen um für den Blackout vorzusorgen Hat das noch was mit Logik zu tun? Weil Bürger Tageblatt 8,6,2,7 12 Minuten bei einem Stromabfall weil der Netzbetreiber die prekären Situation bekannt ist hat der Netzbetreiber also angewiesen also die Bundesnetzagentur hat die Netzbetreiber angewiesen der sich auf Anweisung innerhalb von 12 Minuten ganze Städte vom Netz nehmen müssen dann ist es egal ob da die Krankenhäuser still stellen ob da die Aufzüge hängen bleiben das ist völlig egal die Bundesnetzagentur hat gesagt die Situation ist so prekär wir müssen in der Lage sein innerhalb auf Anruf innerhalb von 12 Minuten ganze Städte oder Landstriche vom Netz zu nehmen das heißt der Politik ist das bekannt ja das war ja vor dem dachten bei der Energie werden ihre Zustände das die Kraftwerke stilllegen und Strom aus Österreich kaufen seine Karnevalsveranstaltungen die österreichische Erklärung verlagen nicht den Schlaf ich habe ja noch viel mehr erzählt sind für uns zu wenige sind für uns Handelsblatt die Windenergie ist ebenfalls am Ende in den Bürgerwindparks die legen alle noch getroffen her ja und das ist ja halt der Ministerstudium der Politikwissenschaften das ist aber wenn Sie jetzt gerade wieder hören wie viele sogenannte Wissenschaftler sich dazu abmelden ich sage Ihnen während meinem Studium Luft- und Raumfahrt da haben wir in dieser Figur hier Politikwissenschaftler gedacht das waren die die um Mathematik Physik und Chemie riesen Bogen gemacht haben weil sie damit nie klag waren und wenn sich Leute Politikwissenschaftler hinstellen und solche Aussagen trifft die also elementar von Physik abhängig sind da leuchten des kalten Rücken runter so das war die Aussage die haben wir auch schon gehabt jetzt kommt noch hier Prüfbericht des Bundesrechnungshofes das weder aus interne noch ressort übergreifend oder mit den Rändern finden koordinierende Absprachen statt elementare Fragen wie was kostet die Energiewende den Staat oder was sollte die Energiewende den Staat kosten werden noch nicht mal gestellt geschweige denn sie werden beantwortet das steht im Prüfbericht des Bundesrechnungshofs jetzt kommen wir zu diesen Dingern und dann kommen wir auch zu dem sogenannten Rückenhauer Ring weil diesen Dingern hier Wilhelm Busch hat sich ja schon mit den Dingern beschäftigt der Windbürger hat sich beschwert entweder er hat keinen Korn zu malen oder er hat also Wind dann hat er keinen Korn zu malen oder er hat keinen Wind und diese Weisheit liegt ja auch eben auch Fakt ist ganz genau 40% von der Energie und zwar ist es die Energie die europäische Ruderkreis durchgeht nur 40% können sie nachher in Strom umwandeln 60% sind da Verlustleistung frei unter anderem auch hier in diesen Frequenzen unterhalb von 10 oder unterhalb von 15 Hertz der sogenannte Infraschall und je größer hier die Flügel also größer die Spannweide umso heftiger prositiert und wächst auch der Infraschall drin es ist natürlich was dran dass die Windgeschwindigkeit des A und O ist das heißt die Windgeschwindigkeit geht hier in der dritten Potenz in diese Richtung ein das war banal abgekürzt ausgedrückt sie haben 10% weniger Wind dann haben sie 30% weniger ertrag 10% weniger Wind 30% weniger natürlich auch 10% mehr auch 30% mehr an links ja und deswegen werden die Anlagen also hier immer höher und da sehen sie die Anlagen 1998 und heute rechnen wir die Anlagen hier als größten Vergleich nachher nochmal ein Bild mit dem Flugzeug aber das hier ist Höhen der Windgeschwindigkeit jetzt gucken es sich mal an hier unten ist die Windgeschwindigkeit abgetragen und hier ist die Höhe über Boden abgetragen wenn sie jetzt hergehen und sagen in 50 Meter Höhe da hätten sie eine Windgeschwindigkeit von 4,5 Meter pro Sekunde dann hätten sie 100 Meter eine Windgeschwindigkeit von 5 Meter pro Sekunde wenn sie aber jetzt hergehen und sagen sie haben 100 Meter eine Windgeschwindigkeit von 5 Meter pro Sekunde dann haben sie 150 Meter nur noch 5,3 Meter pro Sekunde wenn sie die Kurve nach oben hin wächst dann verlängern dann werden sie feststellen das ist das Klima Repowering wenn sie jetzt eine Anlage haben hier mit einer Narbenhöhe von 100 Meter und die gehen her und sagen wir stellen jetzt eine Narbenhöhe von 150 Meter dann können sie maximal 0,3 Meter pro Sekunde ernten maximal aber dafür sind die Investitionskosten Ungefähr 6 Farbe von dem was wir bei den kleinen Anlagen haben das hier sind die Leistungskurve der Windkraftanlage auch hier wieder kurz Erklärung hier unten ist die Windgeschwindigkeit abgetragen und hier ist dann die abgegebene Leistung eingefahren hier bei uns haben wir Windgeschwindigkeit um die 6 Meter pro Sekunde hoch 6 Meter pro Sekunde hier und da sehen sie da produziert so eine Anlage 850 Kilowatt das ist nichts das ist überhaupt nichts damit die hier Vollast produzieren die günstigste Anlagen hier brauchen sie eine Windgeschwindigkeit von 12 Meter pro Sekunde das ist ein Sturm das heißt ab Sturmstärke laufen diese Anlagen hier mit Vollast und das hängt damit zusammen wie groß die Anlagen sind diese Roderblätter von der neuen Anlage mit einer Narbenhöhe von 170 bis 180 Meter da wiegt ein Roderblatt 60 Tonnen eins und das muss nach 10 Jahren ausgewechselt werden und diese Massen müssen sie erstmal durch aerodynamischen Kräfte überhaupt in Schwung bringen das heißt die fangen hier unten bei 6 Meter pro Sekunde an zu drehen das heißt je größer die Anlage je größer die Spannweine von den Roderblättern ist umso mehr Wind braun sind es die überhaupt anfangen zu produzieren jetzt wissen wir wir sind hier im Schwachwind gegend es macht keinen Sinn mit diesem Repowering ich habe Ihnen gezeigt auf der einen Seite gewinnen sie auf diesen 50 Meter vielleicht nur 2 Meter pro Sekunde überhaupt nicht anzulaufen sondern erst viel später die einzigen die Geld verdienen das sind die Projektierer und das ist auch ihr Geschäftsmodell die planen bauen und verkaufen und wenn Sie sich diese Schakal angucken ob das Windplatz oder Jubi ist Windplatz geht zum zweiten Mal Insolvenz Jubi geht zum dritten Mal in die Insolvenz die bau die Dinge tun die Bürger an Geld und dann gehen die Herren nach mir die Sintflut und die Hakt hier bei uns Menschen ist ja unendlich und die meisten fallen da Versprechungen drin und Rendite Versprechungen von 20% die kriegen noch nicht immer eingelegtes Kapital zurück ich habe hier eine Wirtschaftlichkeitsanalyse die Hefte wenn es interessiert kann sich gerne eins mitnemen diese Sache hier um das ganz bildlich darzustellen Sie brauchen ein Auto mit dem Sie morgens fünf Kilometer zur Arbeit fahren und abends fünf Kilometer zurück Sie gehen jetzt zu irgendeinem Autohändler und sagen passen Sie mal auf ich brauche ein Auto mit dem ich morgens fünf Kilometer zur Arbeit komme und abends fünf Kilometer zurück dann geht er mit Ihnen in Hale und sagt hier der Porsche 600 PS das ist das was Sie brauchen das ist das Motto das ist das Motto was hier abläuft wenn Sie die kleinen Anlagen laufen die laufen bei wenig Wind die produzieren Windgeschwindigkeit schon Strom das heißt Sie sind bei uns hier sehr viel effektiver und die negativen Gleiterscheinungen nämlich der Infraschall der ist bei den kleinen Anlagen wirklich fast negierbar während bei den Monsteranlagen haben Sie in 10 Kilometer Entfernung einen Puckpegel von 60 db Hatte ihr uns in dieser Folie eine Frage noch? Ja? Also Ihre Aussage würde mich ja freuen weil dann würden ja alle Windgeschwindigkeit kaputt gehen und meine Lebenserfahrung ist aber dass die Menschen nur investieren wenn eine schwarze Zahl rauskommt hier werden ja zum Beispiel jetzt auf die Nase gefallen warum werden jetzt die Geräte gebowert da wird doch eine Ertragsgarantie abgegeben wird teilweise sogar von Investoren gefordert unterlegt durch Bankgarantien und die Banken haben die Zahlen ja auch die Ist zahlen alle auf dem Tisch geben warum würden sie denn diese Garantien abgeben die deutsche finanzieren überhaupt keine quacks mehr das steht da in der wirtschaftlichkeitsanalyse drin ich habe gesagt bei den kleinen anlagen bei den kleinen anlagen da ist das verhältnis noch etwas ganz anders weil die drüber niedrigen lenkgeschwindigkeiten schon anfangen und strom und da sind auch die erstellungstosten wesentlich gering bei den riesengroßen monster anlagen haben sie heute investitionsflosten für den bau von so einer anlage die liegt zu 6,5 und 7 millionen euro und da haben sie auch die dementsprechend hohen wachungslusten allein diese ohne blätter 60 von bis nach 10 jahren ausgewickelt waren sie haben immer den punkt am anfang die ersten drei jahre nimmt der hersteller über auto garantie und macht das alles ich weiß nicht ob Sie die Daldorf Studie kennen Daldorf das ist ein Notar das ist der Notar der Windenergieanlagen betreiber Deutschlands die Daldorf Studie ich kann Ihnen zeigen Herr Werner Daldorf hat in seiner Studie dargelegt dass südlich von Hannover 90% aller Windparks dicke dunkel rote Zahlen schreiben und dass die Investoren noch nicht immer ihr reingezahltes Kapital zurück kriegen das fällt aber immer erst auf weil die mit Laufzeiten von 20 Jahren rechnen das fällt also auf dieser dicke negativ bruch der fängt an nach dem dritten betriebsjahr und erreicht dann den super kaum nach 10 11 Jahren wenn Betriebe und 100 wird ausgewechselt werden haben sie nicht fast die Neupreiskosten waren das heißt diese Kosten die werden immer unerschlagen ich habe das in hier diese wirtschaftlichkeitsstudie drinnen da ist dieses Angebot von der Firma Windferz an die Gemeinsam Münzer Brandkraft Solz und Welt in Lisbara und da schreibt auch der Dallor in seiner Studie dass die Reparaturkosten und Wagenungskosten von allen Schulden gerechnet werden ist im Internet mit uns auch vorhanden die Daldorf Studie geben sie einfach mal Stichwort Daldorf ein Daldorf Studie das ist also der der Bundesverband der Windenergieanlagen betreiber vorsetzt er hat einen Überblick über mehr als 2000 Windparks und er sagt schwarze preis sind die von Hannover sind 90% dick in den hohen Zahlen das würde mich freuen wenn dieser Studie bald zu end aber wo kommen die Neuinvestoren her die müssten ja früher auch schon auf den Basis gefallen seien wissen sie wo das herkommt das ist ganz einfach weil die meisten Leute überhaupt nicht wissen wie sie dann an den Tisch gezogen werden wir haben in Münster genau das und dann fangen die an und stellen die gelder zur verfügung wenn wir dann kommen und sagen hier ist die Dahlhoff studie guckt euch das mal an dann ist immer erst großes schweigen im Laden und dann fangen viele an und tun darüber nachdenken und das was von den Projektierern propagiert wird das sagt sogar Dahlhoff in seiner Studie der nimmt kein Blatt vor Mund er sagt die große Wettbewerb und dann kommt noch hinzu die ganzen kleinen Kommunen die teilweise am Wettenschirm hängen die werden dann durch Pachteinnahmen gekötert und springen dann auf diesen Zug auf und reden von sozialer Wertschöpfung die Gemeinwahl zum Beispiel hat seit Bestehen von der Windpark Abowind vor 4 Jahren nicht einmal Gewerbeeinnahmen gesehen und wenn Sie von Abowind die Bilanzen aus Bundesnetzagentur 110 dann sehen Sie dass die dicke rote Zahlen schreuen die müssen laufend Geld zuschließen das funktioniert nach Schneewahl Prinzip da können Sie die Uhr nachstellen wenn das Riesen Kraft tut das heißt da ist unheimlich viel kriminelle Energie mit im Spiel und ich glaube es ist da laufschung die Kunst nichts an Sie hatten noch Frage Ja für einen ist es relativ sicher für den Grundstückseigentümer und ich habe zwar die Anlage draufstehen wenn der Betreiber insolvent geht dann habe ich einen Seitigungsanspruch der ist abgefichert meist durch die Bank wirkschaft und da kommt ein neuer Betreiber ein insolvent kommt ein neuer Betreiber kauft das aus und das gleiche Spiel geht wieder von vorn los deshalb setzt das das schein nicht auch lohnen oder nicht wissen Sie wann dafür der Betreiber das große A kommt wissen Sie wie hoch die zu hinterlegene Bankwirkschaft von den Betreiber für eine Anlage ist 1000 Euro pro Meter das heißt wenn das Ding 150 Meter hoch ist hat der Betreiber eine Bankwirkschaft für den Rückbau von 150.000 Euro zu hinterlegen wir haben Angebote eingeholt ein Betonfundament Durchmesser 40 Meter zweieinhalb Meter hoch das kostet heute der Abbau 400.000 Euro da ist auch noch mit der Tür abgebaut da sind noch nicht die 200.000 Bitter Öl und giftigen Stoff die oben in der Gondelzelle drinnen raus die sind noch nicht raus und wissen wenn das hängen bleibt wenn die herten Finger heben und GmbH geht um dann bleibt es in der Gemeinde in den Bürgern hängen die können das wir können bezahlen und die die jetzt so schlau sind und sagen ich verpachte das nach Pachteinnahmen zu dem Tag wo das Ding zurückgebaut wird da verlieren die schon strümpft so den Pacht können die überhaupt nicht verdienen wie die die auf lädt sage ich aber da sind ja wertstoffe mit drin ja genau ja das ist jetzt eine vom bundeswirtschaftsministerium herausgegebene statistik von nennen leistung zur eingespeiste leistung das heißt also die anlage das gilt für 2017 in 45% der jahreszeit also das jahre 8760 stunden und 3986 stunden das klingt jetzt alle anlage onshore und offshore lag die eingespeiste leistung zwischen 0 und 10% der nennen leistung das ist die wurf die ich Ihnen vorher gezeigt habe diese riesen dinge die nutzen nur den projektierer sonst niemand das heißt zwischen 0 und 10% der nennen leistung die hälfte des jahres zwischen 11 und 30 prozent der nennen leistung in 39 prozent der zeit 51 bis 70 prozent der nennen leistung nur in 4,8 prozent der zeit und größer 70 prozent nur an 36 stunden von 8760 stunden ja das ist herausgegeben vom wirtschaftsministerium diese zahlen da müssen wir doch beim ansatz auf die idee kommen um nachzudenken und sagen warum tun die dinge eigentlich die hälfte vom jahr unter 10% der leistung bringen also warum tut man Porsche kann jetzt auf den 5 km da muss man auch mit dem von anfang und nachdenken das ist die windgeschwindigkeit Messstation im arz das heißt man hat über das Jahr die windgeschwindigkeit aufradiert und die windgeschwindigkeit wo die großen Anlagen jetzt anfangen zu laufen die liegen also hier bei 5,5 bis 7,9 m pro sek das entspricht der windgeschwindigkeit von 4 pro vor haben wir an 28 tage gehabt auf dem rock und arz an 28 tage das heißt die repowering hier das ist so was von irrwört das kann man überhaupt nicht nachvollziehen weil die dinge da oben die dann die meiste zeit stehen weil die aufgrund dieser riesen masse 160 t 180 bis die überhaupt durch die aerodynamik überhaupt in bewegung besetzt werden können brauchen sie eine viel höhere windgeschwindigkeit und diese windgeschwindigkeit die sie durch diese 50 meter dazugewinnen die könnten das überhaupt nicht bringen ja was heißt eigentlich jetzt 100 prozent versorgung das heißt das habe ich gesagt die antrage sollen hier vierfach kann 120 windkraft annahmen stand am 6. 6. in der 11. hz drin und im handelsgleich stand auch dann ist ein beschluss der regierung die windkraft anlagen die zahlen sind vierfach dann bei verkehr sind 30.000 windkraft anlagen kein wind kein strom und das ändern sich auch 120.000 kein wind kein strom und dies meint wehen als wir das ziel aus den augen füllen haben zu verwirken die unsere Anstrengung aber was bedeutet die 100% versorgung für 100% versorgung bräuchten wir von den onshore 360 terawatt das heißt wir bräuchten hier in deutschland 80.000 windräder da hätten wir schon alle 2100 meter ein windrad steckt in ganz deutschland jetzt stellen sie sich das mal vor bei 120.000 windräder haben sie im schnitt so alle 1,8 km auf dem ding still das dreht sich los das ist übrigens vom Fraunhofer Institut hier also nicht aus meiner finde sondern das Fraunhofer Institut die gehen her und sagen ok dann müssen wir alle 2100 m dünn kreif haben wenn sie jetzt die fläche der bundes so kriegt das ist so für sie die die flächen und dann bleiben die und da haben es nachher pro Anlage knapp 2,6 qq km so bei der Photovoltaian anlage da brauchen sie so flachlich von 1800 qq km nur als Anhaltspunkt das Saarland hat 2750 qq km und dann haben wir hier noch das Maisfeld für die Biogasanlagen da brauchen sie 10.000 qq m der Maisfeld das ist also fast die Hälfte von Hessen müssten sie dann auch noch mit Mais bepflanzen damit sie die Biogasanlagen befeuern können da sehen sie die zahlen liegen eigentlich alle auf dem tisch und jede zahl spricht eigentlich ihr für sich nur keine macht gestanden Sie wir i3 von BMW dieses gefährdet das kostet 37.000 Euro in range extender also ein zylinder motörchen drin 9.000 Euro Akkukapazität 32 kW Gewicht vom Akku 240 kg Lebensdauer 8 Jahre Sondermüll Lärmung kostet 17.000 Euro Ladevorgang dauert 6 Stunden Verbrauch 12,5 kW Stunden bei konstant 50 km reichweite 2,5 Stunden also 125 kg wenn Sie aber jetzt recht haben und müssen das Licht einschalten und dann vielleicht noch ein Scheibenwischer zumachen und dann machen Sie vielleicht das Radio an dann haben Sie reichweiten von 75 km Das ist die Elektromobilität Strom kommt aus der Steckgröße Das heißt ich habe Ihnen vorhin diese Charter gezeichnet Strom Wo sollen wir die fahren ja jetzt neuerdings bis zum Jahr 2030 Ausstieg aus Kernenergie Steinkohle Raunkohle und aus dem Verkehr Strom kommt aus dem Steckgröße So zum Thema CO2 Kohlendioxid in jeder Sprungflasche steht Kohlsäure Das ist wirklich CO2 Wir Menschen wir atmen bei jedem Atemstoß tun wir CO2 und ausatmen Wenn Sie Selle erst Wasser Flasche haben und mit Heiß und Sie machen die auch Sprung Das heißt es gas aus Das ist wie in den Ozeanen Die Ozeanen werden wärmer also tut das CO2 auch richtig ausgasen Das heißt CO2 Ausstoß nimmt tatsächlich zu Aber gucken Sie sich das mal an Das CO2 hier hat also ein Gericht von 1,8 4 Kilogramm pro Kubik bei 15 Grad Selsen und Luftdruck von 1,8 Zehekt von Wasser Die Atmosphäre selbst hat ein Gewicht von 1,2 Kilogramm pro Kubik mehr Das heißt CO2 ist schwerer als unsere Atmosphäre und deswegen steigt CO2 nämlich nicht auf sondern CO2 sinkt auf dem Boden ab Und CO2 selbst haben Sie vielleicht in reich Erinnerung in Schule gab es noch was mit Fotos in GES Das heißt Sonnenlicht Wasser und CO2 Das sind die Voraussetzungen damit unsere Bäume wachsen können Das CO2 sinkt auf dem Boden auf wird dann von den Wurzeln aufgenommen und wird dann mit Wasser und Sonnenlicht Photosynthes aufgespalten in O2 in Sauerstoff den brauchen wir zum Schnaufen und in die Kohlenstoffe damit wir die Schweine füllen können damit wir sie anschließend fressen können das heißt wenn man dieses CO2 wenn es da Politiker gibt die ihnen was erzählen von der Dekarbonisierung und die wollen die Länder CO2 freimachen da haben die Sekunde eben stumm weil erstens atmen wir Menschen mit jedem Atemstoß CO2 aus und zweitens ist es CO2 das Lebensrexieren das ist genau das was auch Patrick Moore der Mitbegründer von Greenpeace über alle propagiert das CO2 wird zum Sünden Prokommand das gibt es gehen Sie mal in die Gärtnerei fragen Sie wie man CO2 früher hatten die Gewächshäuser im Winter mit CO2 geflutet damit das Wachstum von den Pflanzen größer würde das CO2 wird völlig zu Unrecht betäufelt das CO2 ist eine Lebensunlage von uns wir selbst atmen CO2 ab wenn also ein Politiker erzählt er wird also im Land CO2 dann heißt das wieder auch das Lebewesen abschaffen so jetzt geht weiter mit dem CO2 das habe ich eben gesagt ja das ist das CO2 das ist nochmal die Gesamtgewichtheit die wir gehabt das heißt also der Prozentsatz des CO2 in der Atmosphäre beträgt 0,052% das haben wir das gehabt also Prozentsatz von CO2 in der Atmosphäre beträgt 0,052% jetzt kriegen wir ja hier immer diese Grafik vorgehalten bezogen auf die letzten 2 Millionen Jahre war der CO2 gehandel und wie so lieb das hier sehen Sie das von der NASA herausgegeben da sehen Sie das CO2 das war auch viel viel höher wie jetzt was hier gezeigt bekommen das ist dieser sogenannte Hockeschläge eben dieses Stück das bringt die Zeit jetzt passen Sie mal auf wie das aussieht wenn Sie nur das letzte Stück gezeigt bekommen ach das ist doch erst mal die CO2 Emission weltweit habt ihr jetzt gehört so ein Pseudo-Ofizenschaftler im Fernsehen hat sich hingestellt und gesagt Deutschland ist maßgeblich an der CO2 Emission beides also hier können Sie das sehen das ist die Welt das hier ist China und das kleine Rode hier das sind wir das sind die Deutschen das ist der maßgebliche Antrag an den CO2 Emissionen das heißt Deutschland ist mit 2,3% des weltweit emittierten CO2 verantwortlich inklusiv dem was wir abatmen und von den 2,3% entfallen aber nur 15% auf die Stromproduktion das heißt das sind 0,34% der weltweiten CO2 Emissionen die durch die Stromproduktion zustande kommen das müssen Sie sich mal überlegen das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergeben 0,3% von der weltweiten CO2 Emission die kommt durch die Stromproduktion bei uns und wir kriegen gesagt ihr müsst Kernkraft und Kohle und Steinkohle alles abschalten und Autos müsste auch noch stehen also Verbrennungsmotoren das heißt das Ziel ist ja das in 2% zu reduzieren dabei da fragt kein Mensch nach das heißt tatsächlich soll das in 0,006% reduziert werden hallo geht's noch das habe ich eben gesagt jetzt kommen wir zu dem Thema Klima also man unterstellt mir ich würde den Klimawandel nicht das ist völlig irrt weil das Klima hat sich schon immer gewandelt Klima bezeichnet man übrigens das Wetter bezogen auf die letzten 30 Jahre und wir haben natürlich schon immer Klimawandel das Klima pendelt das heißt wir haben sich schon immer gehabt es gab Warmzeiten es gab Kaltzeiten übrigens die NASA jetzt festgestellt Anerobladen im Sonnensystem mit Pluto und Mars ist die Oberflächentemperatur auch um 2 Grad angestiegen ich weiß nicht ob da auch für einige grünen Menschen sind die CO2 produziert zu dem Thema 1200 nach Christus wurde auf grünemann Rhein angebracht in den Sommermonaten hatten wir da oben Temperatur von plus 30 Grad jetzt machen die da einen riesen wo ein und sagen wir haben da oben im Verlag 20 Grad 30 Grad haben wir schon mal gehabt innerhalb von 100 Jahren änderte sich das Klima dann gravieren und die Corona sind geflogen wenn man noch weiter in die Geschichte zurückgehe in den 218 vor Christus das Punische Krieg Hannibal zog mit seinen Elefanten über die Alpen die waren komplett schlägen eisfrei das heißt also das Klima ist um ständigen Wandel unterlegen das pendelt Punkt Ende das hat seit Beginn der Erdgeschichte hat das Klima sich innergewandelt so jetzt nochmal zurück Sie erinnern sich vorhin auf diese Sache hier mit dem Hockeyschläger das heißt also wir kriegen jetzt hier gezeigt Temperaturabweichung von 1961 bis 1990 und da kriegen wir gesagt guck mal wie hier die Temperatur angestiegen ist das ist gefährlich das bringt uns rum unser Planet geht runter Norddeutschland wird überschwemmt und Kohle schmelzen und so sieht die ganze Sache aus wenn Sie nämlich jetzt hierher gehen und die letzten tausend Jahre betrachten das ist das was wir hier hinten vorgeführt kriegen wir kriegen sogar den Teil verschwiegen sogar den Teil kriegen wir verschwiegen denn wir hatten hier schon eine Warnzeit und hier war es noch viel wärmer so und das war um 1100 1200 wie man auf Grönland Eis äh weit angebaut da hatten wir ja auch schon den Autorotor den Dieselmotor und dann sind wir viel zu über die Menschen gebrochen für die Sprache das heißt also wir Menschen haben das nach schon das Klima beeinflusst merken Sie wenn Sie hinter die Kulissen kommen dann sehen Sie da wird eine Sau durchslaft getrieben und die meisten Menschen glauben das ganz einfach Fakt ist ich weiß nicht ob das CO2 und was mit dieser Erwärmung zu tun hat ich weiß nur es ist schon immer warm und kalt Zeiten gehabt und das ging auch schon zu Zeiten gehabt da haben wir kein Verbrennungsmotor und da haben wir noch keine Kraftwerke gehabt und da hatten wir auch Warnzeiten und wenn ich der NASA jetzt glauben kann dass auf dem Nachtplan eben auf einmal auch die Temperatur ansteigt dann soll die vielleicht mal ins Nachtröbel kommen bevor ich die Augeindustrie platt mache und die Stromversorgung platt mache und da wieder so eine Wüste aus Deutschland soll ich vielleicht mal anfangen und nachdenken alleine die Tatsache dass wir immer noch hier hinten das letzte Stück gezeigt bringen mit der Temperaturanstieg ist ein bodenlose Frechheit wenn man uns den ganzen Temperaturen auch zeigen würde dann würde jeder sofort sagen aber hallo hier war da schon mal viel wärmer so jetzt das noch mal gegenüber gestellt das ist das was wir gezeigt bekommen und tatsächlich ist es nur das da ein Stück hier hinten das ist also diese Erwärmung und das ist das was wir von der Presse Radio von Freienz verkaufen Fakt ist auch die Erdgeschichte hat schon immer war und halbzeiten gewählt das Klima hat schon immer Veränderungen ist pendig und dass der Klimawandel durch Menschen zuersagt ist meiner Meinung nach nicht nachgewiesen ich habe dabei jetzt kürzlich ein Zitat von Napoleon gefunden hat mich begeistert ich musste das aufnehmen es gibt kein gut Lüge aber auch kein leicht gläuberes Volk als das Deutsche keine Lüge kann hoch genug er sondern werden die Deutschen glauben sie um eine Parole wie wie man gab verfolgen sie ihre Landsleusen mit größerer Erdillung als ihre wirklichen Feinde ich will das nicht kommentieren wir kommen zum letzten Abschnitt nämlich zum Thema Gesundheit da geht es hauptsächlich hier um den sogenannten Impfmarschall also der erste große Fehler überall wo sie mit Politik oder sonst was diskutieren sagen die wie der Infraschall liegt unter der Wahrnehmungsstrecke das heißt Wahrnehmen funktioniert über unsere fünf Sinne manche haben ja fünf Sinne riechen schmecken fühlen und so das heißt für diese fünf Sinne nehmen wir Dinge wahr es gibt aber Dinge die nehmen wir über diese Sinne nicht wahr Radioaktivität zum Beispiel oder Kohlenmonoxid das heißt wenn wir einen Auspuff schnüffeln das heißt das sind auch Dinge dafür haben wir keine Wahrnehmungsstritte aber unser Körper reagiert mit tödlicher Präzision sowohl bei der Radioaktivität auch als beim Kohlenmonoxid wenn wir genug geschnüffelt haben und wenn wir da im Zusammenhang von Impfmarschall reden ist das eine Verhöhnung von den ganzen vielen tausend Menschen die ernsthaft erkannt sind wenn man hergeht und sagt der Infraschall gibt unter der Wahrnehmungsschwelle nur weil wir das nicht hören die Frau Dorn hat im Hessischen Landtag bei der Anhörung gesagt ich kann mir nicht vorstellen dass etwas was ich nicht höre und mich krank mache ich habe sie dann mal gefragt ob sie von Radioaktivität und Monoxid gehört hätte das würde sie auch nicht wahrnehmen das wird sie umbringen man muss nämlich hier unterscheiden zwischen der Wahrnehmungsschwelle und der Reaktionsschwelle das ist der Unterschied also lassen Sie sich nie auf dieses Glattweiß führen wenn Ihnen einer was erzählt der Infraschall liegt unter der Wahrnehmungsschwelle natürlich sind Frequenzen unter 15 Hertz nehmen wir nicht mehr wahr hören wir nicht mehr aber unser Körper reagiert doch darauf das ist der Punkt also ganz wichtig zu Fakt Infraschall das Frequenzen unter 16 Hertz können wir nicht hören diese Frequenzen liegen unter der Wahrnehmungsschwelle der Körper reagiert aber auf Frequenzen unter 10 Hertz man spricht von der Reaktionsschwelle in diesem Frequenzbereich liegen zum Beispiel die Wellen und Schwingungen die beim Erdbeben entstehen Erdbeben warten in der Nähe von Windkraftanlagen ausgedient weil diese Schwingungen so stark sind nachweisen können es gibt Tiere die spüren dieses Erdbeben und die fangen an nervös und hauen ab schon bevor das eigentlich Beben da ist das sind die Schwingungen die sich im Boden fortsetzen Fakt ist auch Menschen haben dieses System noch nur haben wir das nicht verlernt zu nutzen aber dieses System spricht bei uns Menschen tatsächlich noch an das sind die Frequenzen und jetzt möchte ich Ihnen kurz vorführen hier geht es um dieses Thema jetzt passt es mal auf die Lautsprüche an die sind 6 6 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 4 3 4 Die Mentrale funktioniert kaum. Jetzt ist die Mentrale, die fängt an und schwingt, aber wir hören nichts mehr. Das ist der sogenannte Nebenvorstand. Das heißt, diese Schwingungen sind im Raum, aber wir nehmen sie nicht wahr. Aber selbstverständlich reagiert unser Körper noch daraus. Und hier sind sie sogar sichtbar gemacht, diese Schwingungen. Das ist bei Seenebel, wo man eine Küste aufgenommen hat. Und das, was hier nach hinten geht, das ist der von den Anlagen ausgehende Infraschalt. Und wenn Sie jetzt mal genau gucken, LUBD, Landesanstalt Umwelt Baden-Württemberg, hat gemessen und hat gesagt, es gibt ja jetzt gar keinen Infraschalt. Wo haben die gemessen? Abstand von 100 Meter. Da ist das Ding überhaupt nicht am Boden. Nebenbei, man merkt, hat sich herausgestellt, LUB hat überhaupt keine Messgeräte, die 115 Hertz messen. Ich habe Ihnen gesagt, ich komme aus der Fliegerei. Da kennen wir diese sogenannten Phänomene als Randwirbel. Das sind hier die sogenannten Randwirbel. Wir stehen hier neben. Und zwar dadurch, das Flugzeug fliegt, weil zwei Drittel auf der Oberseite entsteht durch einen niedrigeren Druck als auf der Unterseite. Also man hat keinen Unterdruck, man hat keinen Sog, aber der Luftdruck hier auf der Oberseite ist viel, viel niedriger als hier auf der Unterseite. Und tatsächlich, der Auftrieb setzt sich bei jedem Flugzeug zwei Drittel auf der Oberseite und nur ein Drittel auf der Unterseite zusammen. Und die Atmosphäre schafft hier an dem Ende diesen Ausgleich, also diesen unteren Randwirbel. Und das ist genau dasselbe aerodynamische Prinzip wie bei Windkraftanlagen. Hier an den Enden findet ein Druckausgleich statt, wie bei Hoch- und Tiefdruckgebiet. Nur bildet sich das als Wirbel hier aus. In der Luftfahrt kennt man das, wenn eine 747 startet und ich bin da hinten mit einem CJ oder so einem Jet, so einem kleinen Jet, wo sich eine Abstand von drei Minuten halten. Wenn ich hier mit einem kleinen Flugzeug im Gebirge oder Rund fliegen würde, ist schlicht und schade. Kann ich nichts mehr machen. Zaub mich aufs Kreuz, bis ich unten bin. Da war kurz nach dem 11. September in den USA als der Airbus abgestürzt. Der ist in die Wirbelschleppung einer vorausgehenden 747 eingeflogen. Der Airbus ging an, hat einen Friesen gemacht. Der Co-Pilot zu diesem Zeitpunkt der Beine die Kommand, ausgestattet und rechtlich im Verein geführt, eines Dinosauriers, hat gesagt, das lasse ich nicht zu, dass das Flugzeug hier also um die Hochachse giert. Und hat jedes Mal Seitenruder voll dagegen gegeben. Und dann waren die Kräfte so groß, dass hinten das Leitwerk abgebrochen ist. Dann hat der Schwerpunkt nicht mehr bestimmt und dann ging es nur noch abwärts. So stark sind diese Wirbelschleppen. Das war ein Airbus, der in die Wirbelschleppen geraten hat. Das stimmt, genau. Und ein großer. Genau, ein großer Airbus. Und wenn Sie hier ein Auto hatten, die gibt es von der Navy, gibt es da so einen Videoclip. Da schlägten die Autos hier nebenhin. Und dann startet so eine Galaxy, so eine C7. Und auf einmal sehen Sie, wie die Autos, wie so Spielzeugautos, wie Matchboxautos nach der Seite wegkommen. Wie von Geisterhand fliegen. Und das sind diese Schlöppen, diese sogenannten Wirbelschleppen in der Fliegerei. Und das ist aber der Infoschall. Sie hören da, wie es kommt. Aber das hat ein richtig Dampf drin. Das ist hier von der FHR, eine Animation. So breiten die sich jetzt hier aus. So, und jetzt kommen wir wieder auf das Rebauerbring zurück. Die Größe von diesen Wirbelschleppen oder von der Infraschall nimmt mit der Spannweide proportional zu. Das heißt, wenn Sie jetzt mal vergleichen. Hier haben Sie eine 747 und hier haben Sie die anderen, die eben jetzt blühen. Aber es kann nicht viel passieren. Bei dem Harz gehen sie nur 28 Tage und hier oben würden sie vielleicht auch 5 Tage gehen. Und hier habe ich ein A380 unter das Ding geschoben. Jetzt sehen Sie einfach mal die Größenvergleiche. Das ist irre, was da passiert. Ja, die Reaktion des Körpers auf Infraschall in vielfällig. Vor 14 Tagen hat sich der Verband der Schallopfer geschädigt und Infraschallopfer geschädigt. Die Milit hier oben bei Kassel haben einen wahnsinns Zulauf. Wir kriegen jede Menge Zuschriften. Wir vertreten drei Leute bei der Klage. Das sind Menschen, denen geht es ganz, 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 ganz fies. Wie fängt sich das aus? Also, bei unserem Gleichgewichtssystem, damit wir gerade auslaufen können, im Normalfall haben wir hier unten den Übergang, das sind so drei Bogengänge. Diese drei Bogengänge hier, die haben hier hinten unsere Zimmelsherrchen und hier haben wir so eine galactalige Flüssigkeit drin. Aber in jedem Ohr haben wir so ein Organ. Und dieses Organ ermöglicht es uns festzustellen, auch mit geschlossenen Augen, ich drehe mich. Wenn ich mich jetzt so hier drehe, dann ist dieser Bogengang hier. Da ist es so, dass diese galactalige Flüssigkeit erst stehen bleibt. Und weil ich mich bewege, biegen sich die Erden. Und das kriege ich mitgeteilt, aha, der Bursche dreht um die Achse. Das sehen beiden merkt auch fatal, wenn sie einen über Würst getrunken haben. Dann verändert sich hier diese Flüssigkeit. Die Flüssigkeit wird dünner. Und wenn es dann noch den Fehler geht und geben sie in die Horizontale, dann stimmen diese Bogengänge hier nicht mehr. Und deswegen, wenn es so katastrophal schlecht ist, wenn sie ins Bett gehen, setzen sie sich lieber ins Essen. Und diese Zimmelsherrchen hier, die sprechen auch diese Frequenzen an. Deswegen haben viele Menschen am Anfang Probleme mit Gleichgewicht. Denn sie sind verschwindelig, weil durch diese Frequenzen, die wir nicht hören, aber diese Zimmelsherrchen trotzdem stimuliert und bewegt werden. Und deswegen wird das auf. Nächstes Problem ist Blutdruck, der nicht regulierbar ist. Sie haben hier einen Handschlag. Alle, hier, hier haben wir die Baro-Rezeptoren sitzen. Das war es da, aber keine Ahnung. Der Blutdruck geregelt. Wenn dies Baro-Rezeptoren also permanent stimuliert werden muss, dann wird der Blutdruck mal hoch, mal runter, erst nicht mehr in den Griff zu kriegen. Und das ist das nächste nicht regulierbarer, nicht einstellbarer Blutdruck. So, jetzt gibt es die Studie von Markus Reichenberger, der Forschung an der Charité Berlin oder PBT Braunschweig und bei E-Hamburg. Wurde am 12. April 2017 veröffentlicht. Infraschall-induzierte Veränderungen der Hirnaktivitäten sind nachgewiesen und sichtbar gemacht. MRT wird auch als Infraschall veränderte, die radikale und subkartikale Relativität nahe der Hörstelle. Da ist das MRT-Bilder drin. Auch da die Reaktionen vom Gehirn sind klar. Also wir haben hier rechts und links Hirnhälfte. Links sitzt die Logik, fängt mit dem an, links Logik. Und rechts haben wir die Emotionen drinnen sitzen. Und da haben wir noch diese Überlebenssysteme drinnen. Und im MRT konnten wir klar feststellen, wenn Probanden mit 5, 6 Hertz geschallt wurden, dass im MRT auf einmal die rechte Hirnhälfte, wo die Emotionen drinnen sitzen, die fing an und hat geglüht, während die linke Hirnhälfte wirklich runtergefahren ist. Das ist im MRT nachgewiesen. Das sind diese Alarmsysteme. Deswegen ist das der nächste Punkt. Die Leute klagen über Schlaflosigkeit. Die werden nachts wach, weil ihr inneres Alarmsystem Alarm geschlagen hat. Sie kriegen das aber einfach nicht mehr mit. Aber Fakt ist, dass diese Schallwellen hergehen und das innere Alarmsystem aktivieren. Man wird wach und weiß noch gar nicht warum. Dann gibt es also der unhörbare Lärm von Windkraftanlagen von Lars Serrana, Gernot Hartmann, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Die haben dazu ein Referat herausgegeben. Ich will sie hier mit lang. Also die Symptome von der Erkrankung bei Windkraft sind bekannt. Schlaflosigkeit, Angst, Unruhe, Schwindel, Kopfschmerzen, Tinnus, Herz-Kleislauf-Probleme, Konzentrationsschwäche und Depressionen. Auch diese Linie an Kierfurt hat das 2009 in einer wissenschaftlichen Studie veröffentlicht. Nebenbei, Umweltschutz. Unsere anderen Nebenwesen auf diesem Planeten, die kommen mit den Windkraftanlagen auch nicht klar. Die haben also auch kein Wahrnehmungssystem für rotierende Roderblätter. Und deswegen Rotmilan, Schwarzstorch, Pledermäuse werden tonnenweise gestrottet. Und dann findet man die hier abgehackte Flügel, abgehackte Beine. Und durch den Infraschall verursacht, den Schwarzwald aufgenommenen Kälbchen, die als Missgeburt kommen. Oder Schafe, die als Missgeburt kommen. Da fehlen Teile vom Rückgrat und sowas. Und das alles ist auch bekannt. Denn das Bundesumweltministerium hat eine Studie in Auftrag gegeben. Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall. Da steht Schwarze Feuze drin. Hier, wenn Sie das sehen, da steht Schwarze Feuze drin. Windkraftanlagen gehören zu den Haucherzeugern von Infraschall. Und da stehen diese ganzen Symptome drin, die ich Ihnen aufgezählt habe. Stehen in dieser Studie drin. Und da steht auch daran, im Labor oder am Langzeitversuch Infraschall ausgesetzt, die Probanden wurden folgende krankhafte Veränderungen festgestellt. Das, was ich Ihnen gesagt habe, Herzmuskelkontraktion und sowas. Absenkung der Herzfrequenz, was jetzt der Prof. Dr. Wahl an der Uni Mainz auch nachgewiesen hat. Da, Studie von Prof. Dr. Wahl, Universitätsklinik Mainz im März 2018 veröffentlicht, Frequenzen von 6 bis 10 Hertz minimieren auch bei geringer Leistung die Herzmuskelleistung um 20%. Schwindelanfälle, das steht für uns alles in diesem Bericht vom Bundesamt drin. Und zum Abschluss steht da drin in diesem Bericht, besonders wo unruhigend ist, dass viele dieser gravierenden gesundheitlichen Auswirkungen sich bei den Probanden auch längerer Zeit nach Ende der Exposition noch nicht normalisiert haben. Das heißt, im Bundesamt ist das alles bestens bekannt. Wurde nämlich in dieser Studie schon genauso bestätigt. Das ist vom Umweltbundesamt. Die Studie kann ich Ihnen gar nicht auf der Mail zuschenken. Da steht jetzt alles schwarze Freis drin. Die wissen das. Die wissen das und trotzdem macht das. Das ist Vorsatz. Im Grundgesetz Artikel 2 Absatz 2 bestellt drin das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das heißt, der Staat hat eine Fürsorgepflicht. Der Staat wird derzeit das Grundgesetz mit Füßen. Aber nicht mehr. Nicht mehr. Ich bin völlig recht. Jetzt geht es um diese Lärmbrennswerden. Noch ganz kurz, den interessiert mir nicht so. Also 35 bis 45 DGBA. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schreibt einen nächtlichen Grenzwert vor von 30 DGBA. Die Weltgesundheitsorganisation schreibt, das Ding habe ich auch zu Hause liegen, einen nächtlichen Grenzwert von 30 DGBA vor. Das ist die Frau Hendricks. Studium Sozialwissenschaften, also auch mit Physik und Mathematik wahrscheinlich im Kriegsluss gestanden. Der hat am 01.06.2017 noch die Lärmtransfere geändert. Jetzt sind in urbanen Gebieten tags 63 und nachts 45 DGBA zusätzlich. Verstößt gegen die Vorgaben von der Weltgesundheitsorganisation. Aber es interessiert mich. Dann hat sich das Bundesnaturschutzgesetz geändert. Das heißt, die Kindkraftanlagen darf man auch streng geschützte Arten umbringen und killen. Das heißt, es gibt Ausnahmen, es gibt streng geschützte Arten, wie Schwarz, Storch, Rot, Milan, Westen, Pussard usw. Da ist die Frau Hendricks hergekommen und haben erst gesagt, die Windkraftanlagen dürfen nur dann nicht gebraucht werden, wenn ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko steht. Dann haben sich das Hengurender Papier und die Vorgelkunden zusammengetan haben und gesagt, wir brauchen Mindestabstand von 1,5 km. Das Bundesnaturschutzgesetz ist jetzt nochmal geändert. Da stand drin, Ausnahmen zum absoluten Tötungsverbot können in begründeten Fällen zugelassen werden. Das heißt jetzt, bei der Siegfriedalge, bei uns, sind fünf Ausnahmen zum absoluten Tötungsverbot drin. So, da will ich Sie jetzt nicht länger mit lernen, das ist das andere Thema, das ist der Schatten. Da geht die Regierung her und sagt, das müssen Sie pro Tag zwei Stunden wegstecken. Setzen Sie sich mal ins Wohnzimmer, wenn das so lang ist. Zwei Stunden pro Tag müssen Sie das akzeptieren. So, und das sind hier die Hilfenrufe, die uns erreichen. Siegbare Bürger und über schlaflose Nächte. Hilfenrufe von Betroffenen, das sind ganze Ortschaften, die können nicht mehr leben oder sterben. Die können auch nicht wegziehen, die sind halt krank. Die haben wir hier alle. Und hier hinten habe ich noch Internetadressen, da können Sie das auch alles nachlesen. Das heißt, diese sogenannte Energiewende scheitert an den Gesetzen der Physik, vernichtet Volksvermögen in nie gekanntem Umfang, macht den Stromverfiel unbezahlbar, ist unsozial, zerstört Tier, Mensch und Natur, zerstört die Versorgungstierheit und zerstört auch unseren Lebensstandard. Damit bin ich am Ende. Zitat vom Recht. Wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur dumm. Wer die Wahrheit kennt und sie als Lügen zeichnet, ist ein Verbrecher. Ja, und das jetzt wirklich zum Schluss. Die Bürger werden eines Tages nicht nur die Worte und haben, wer von Lübiger zu bereuen haben, sondern auch das furchtbare Schweigen der Mehrheit gegeben. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. Selbstverständlich rede ich auch für Fragen zur Verfügung, da war das ja vereinbart. Also, wenn Sie Fragen haben, legen Sie los. Bei so vielen Beratungsresistenzen der Bürger oder den meisten Bürger, müssen wir das doch eine Rutsorgung machen? Vater oder Frau. Eine kurze Frage zur Energiebilanz. Mein Bruder ist auch E-Techniker, wenn das mal erklärt. Die Dinger haben eine Energiebilanz. Das heißt, sie produzieren Strom ihr Leben lang, Verbraucher haben auch Strom, Kilowattstunden für die Herstellung, Aufbau und Neufbau. Und da gibt es ja dann auch diverse Anlagen, die haben eine negative Energiebilanz. Fast alle. Das heißt, fast alle? Genau. Sie müssen nämlich diese Anlagen produzieren. Und sie müssen die ja auch von A nach B runterbringen. Und vor allen Dingen, warum diese Magnete von den Generatoren drin sind, das Neodym drin. Das Neodym finden Sie ausschließlich in China und in Südamerika. Das wird also Kilowase, wie ein Luftfahrzeug, von einem Schiff, von Südamerika oder von China geholt. Und nebenbei ist der Abbau von diesem Neodym hochgiftig, weil da radioaktiven Stoff freigesetzt wird. Und Sie wissen, ich komme ja aus der Fliegerei. Sie können sich nur vorstellen, dass so ein Junge ohne 747 in einer Stunde 13.500 Liter Kerosene durchpreist. In einer Stunde 13.500 Liter Kerosene. Und so ein Kreuzfahrtschiff wie die AIDA, die tut in 14 Jahren Kreuzfahrt so viel Schweröl verbrennen, wie eine Stadt mit 5.000 Einwohnern im ganzen Jahr. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, dass der ganze Warn ja noch transportiert werden muss, dieses Neodym. Und wenn diese Dinger dann noch fertig sind, dann ist das Sonnbärmüll. Den können Sie dann einfach irgendwo wegkuddeln, genau wie die Unterblätter. Das ist Sonnbärmüll und die fallen schon nach 10 Jahren an. Das heißt, die Gesamtbilanz, wie Sie das verstehen können, sieht für die anderen verheerend aus. Man muss aber den ganzen Wahnsinn noch bedenken. Jede weite Ratenlage, die gebaut wird, da müssen Sie ja die Netze entsprechend richten. Sie brauchen die Leitungen. Und die werden ja immer auf diese Maximalwerte ausgelegt, was wir ja gesehen haben, die Anlagen nie erreichen. Diese sind ja auch noch weitere Milliarden, Netzausbau. Und wo stehen wir denn im Moment? Wir haben glaube ich 15 Prozent oder sowas. Wir werden ja glücklich. Also von den 1300 Kilometer sind jetzt glaube ich 23 Kilometer geschaffen. Aber das ist irre ohne Ende. Also ich habe da zunehmend mal Probleme mit, weil ich sage, wenn ich mir das hier alles anschaue, dann bin ich wirklich der Meinung, wir werden von Irren und Idioten regieren. Kann man das nur sagen. Das ist sorry, aber ich komme zu keinem anderen Schluss. Das sind Irren und Idioten und dann sind wir grenzenlos dumm. Nein, das ist Vorsatz. Oder das ist Vorsatz, weil in anderen Lebensbereichen, gucken wir da die Null-Zins-Politik an und die Tage zahlen, oder was es da denn auch gibt, ist ja genauso desastreus. Und dann kann man schon manchmal zum Verschwörungstheoretiker werden und sagen, das ist Vorsatz, Sie wollen halt alles platt machen. Also diese Lesearten, diese Gedanken sind auch nicht freundlich. Für Herr Gartan Bordfolger, Sie ist hochverpackt. Noch weitere Fragen? Ich hätte noch eine Frage an, Herr Hügel. Wenn man so die Zeitungen liest, ist ja manchmal ein steter Eindruck, naja, das mit den Windkraftanlagen und auch den Photovoltaikanlagen, die Problematik, die Sie in diesen Kurven dargestellt haben, wäre bekannt. Man bräuchte ja nur noch ein paar Speicher dazu zu stellen, dann könnte man diesen Zattelstrom ja auch speichern und dann in etwas windärmeren oder nichtärmeren Zeiten dann nutzen. Also jetzt zur zweiten Saison in Schleswig-Holstein. Das hat ja der Philosoph von den Grünen, wie heißt das denn auch mal schnell, Abek, noch angeregt in seiner Zeit als Minister. Da wird jetzt also, bauen die Japaner einen Akku. Dieser Akku, der hat die Größe der Allianz Arena in München und haben die Stadt Kiel zwei Stunden lang gestorben gesorgt. Kosten? Kosten gilt nicht. Kosten, ja, mit keiner Rolle. Und also Sie sehen, wenn da als, also ich bezeichne mich als normal denkenden Menschen, wenn man als normal denkender Menschen das alles sieht, dann kann man schon manchmal verzweifeln. Das ist auch Sondermüll nach acht Jahren, nicht? Ja. Das ist nach acht Jahren auch Sondermüll. Das sind dann spreche ich hier. 10.000 Tonnen Sondermüll. Die liegt aber schon ganz gut, ja. Es ist, also ich bin ja eher reingekommen über dieses Thema Windkraft überhaupt, weil es bei mir von der Hauskinder diese 80.000 Quadratmeter Wald umlegen wollen. Seit vier Jahren verhindern wir das und wir kämpfen wie die Löwen. Jetzt hatten wir da also Antrag gestellt beim Umweltbundesamt auf Anerkennung als Umweltschutzvereinigung nach § 3. Da kommt dann ein Beschreiben vom Umweltbundesamt. Der Name Göbel ist dann natürlich irgendwo schon auf der hohen Liste, weil wir haben die Frau Merkel verklagt wegen Untätigkeit. Wir haben Normenkontrollklage geführt oder wir führen Normenkontrollklage. Wir haben Verfassungsbeschwerde initiiert. Und da kommt ein Beschreiben vom Umweltbundesamt. Der Regionalverband würde zwar die Voraussetzungen erfüllen, aber der erste Vorsitzende hätte sich in der Vergangenheit hauptsächlich stark mit hervorgetan, dass die Kommunikation mit den Behörden sehr schwierig gewesen wäre. Der erste Vorsitzende hätte tatsächlich die Behördenmitarbeiter mit Dienstaufsichtsbeschwerden, Amtspflichtverletzungsverfahren und ähnlichen bedroht. Außerdem würde er den CO2-verursagten Klimawandel leugnen und er hätte sich abfällig für Politiker des Landes Hessen und der Landesregierung reichen. Und der erste Vorsitzende wäre somit nicht geeignet, um mit den Behörden nachher auch zu kommunizieren. Und schlussendlich soll ich die Jungen, solange ihr den ersten Vorsitzenden habt, kriegt ihr die Anerkennung nicht. Ich kann Ihnen das geben. Das ist doch recht. Das kann sein. Ich kann es Ihnen schmerzen Preis zeigen. Wir haben einen Anweis eingeschaltet, die vor allem haben wir hier geordert. Aber da sehen Sie, wie weit wir heute sind. Da sind die Sündungsüberprüfungen. Also da ist der Birgis Göbel, der verklagt die Merkel in Grundtätigkeit und der ist unbequem. Und ich sage immer, in dem Moment, wo ich also den Kopf und den Schützengraben erhoben habe, hat zwei Jahre ohne Ende gegeben. Es gibt immer noch. Und es ist tatsächlich so. Seit vier Jahren kämpfen wir an dieser Front. Und wenn ich Ihnen erzähle, was da in den vier Jahren gelaufen ist. Da haben wir einen Bürgermeister, der sitzt mit dem Windkraftprojektierer ganz dicht zusammen. Der ist hergegangen und hat einen stillen Kämmerlein mit dem leitenden Beamten der Gemeinde und dem ersten Kreis Beigeordneten beschlossen. Wir gründen eine Stiftung. Und da sitzen dann die Firma Mittlerz drin und der Bürgermeister und der erste Beigeordnete. Und da fließen dann so viel Neu-Zentrum und den Schmogertrag rein. Dann gibt es eine hessische Gemeindeordnung und da steht schwarz und weiß drin, die Stiftung, die Gründung von Stiftung gehört zu den unveräußerlichen Rechten des Gemeindeparlaments. Aber der hatte noch nicht einmal den Gemeindevorstand gefragt, geschweige denn ins Parlament. Wir haben das gesteckt gekriegt. Wir haben das zugefristet bekommen. Daraufhin haben wir geklagt in Wiesbaden. Dann musste er diesen Vertrag rausrücken. Dann bin ich hergegangen und habe Strafanzeigen gestellt gegen die drei. Und dann haben wir Mitteilungen bekommen von der Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren auf Weisung vom Innenminister eingestellt wird. Und Fakt ist, der Innenminister ist gegenüber den Staatsanwälten Weisungsbefund. Und auf diese Art und Weise ist der Minister hergegangen, der Innenminister erlassen und an die Staatsanwaltschaft angewiesen, das Verfahren einzustellen. Das ist der Rechtsstaat. Wenn Sie dann nicht lesen, das Buch von Jens Grieser, Deutschland in Gefahr. Ich wusste das vorher auch nicht. Es gibt in Deutschland nicht eine Richterstelle, aber nicht eine, die nicht durch Parteien pro Bratz besetzt wurde. Und es gibt keinen Richter, der befördert wird, ohne dass die Parteien das in pro Bratz untereinander ausmachen. Der Jens Grieser als Vorsitzender des Deutschen Richterbundes bemängelt das. Und sagt, es ist unmöglich, wie die Politik hier drin spricht. Das heißt, wenn ein Richter befördert wird, dann muss er sich mit denen gut stellen. Ich mache uns ein Beispiel. BI-Gurzbach. Wir haben geklagt, es sollte auch ein Windpark errichtet werden. Wir haben eine Bürgerbefragung durchgemacht. Das höchste an der Demokratie, sollte man meinen. Und diese Bürgerbefragung haben 60 Prozent der Bürger gesagt, wir wollen hier oben einen Windpark. Wir wollen unsere Bäume behalten. Und der Bürgermeister hat dann trotzdem nicht von Ratungen erzeichnet. Dann ist diese Bürgerinitiative vor Gericht gezogen. Und ich war selbst in der Verhandlung anwesend. Da kommen die Richterinnen, SPD-Partei, die kandidiert jetzt für den Landtag. Und sagt also, sie hat sich das im Vorfeld alles angeguckt. Und sie kann das ganze Verfahren abkürzen. Fakt wäre nun mal gewesen, dass die Stadtverordneten für Sammlung schon im Jahr 2012 den Beschluss gefasst hätten, mal zu gucken, was in der Gewagelung mit erneuerbaren Energien zu realisieren wäre. Das heißt also Photovoltaik, Windkraft und Biogas. 2012. 2016 hätten die Stadtverordneten dann den Beschluss gefasst, da Windkraft hinzustellen. Und erst 2016 hätte sich die Bürgerinitiative gegründet. Und erst Ende 2016 hätten die dann diese Bürgerbefragung durchgesetzt. Das wäre vier Jahre zu spät. Das hätten die 2012 machen müssen. Das war rechtens, dass der Bürgermeister das unterschrieben hat. Der Windpark hat geordnet. Soviel zur Demokratie. Wenn Sie das tagtäglich miterleben. Wenn Sie das tagtäglich miterleben. Ja, da haben Sie entweder ganz depressiv. Oder Sie sind dann zum Vermutzer. Ja, ich weiß nicht. Aber meine Frau sagt, das ist eine Raditale. Aber das Fakt ist ganz einfach. Wenn Sie das jeden Tag so volle Kanobit mitbringen. Abgesehen von den persönlichen Repressalien. Da bleibt Ihnen überhaupt nichts anderes übrig. Entweder Sie geben auf. Und es gibt viele Mitstreiter. Die vor vier Jahren mit mir gestritten haben. Die gesagt haben, ich kann das gesundheitsmäßig nicht mehr. Ich gehe da ran zum Kunde. Ich mache Ihn Kack. Die steige hier komplett aus. Es geht nicht mehr. Und fragen Sie mal, wie oft ich an dem Punkt komme. Wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Wenn die kein Kausalverständnis hat. Also Unser Erwägungsverständnis. Wer soll es dann haben? Die Bürger? Die Erfahrung, die ich mache. Ein Großteil der Bürger interessiert sich überhaupt nicht dafür. Sie treffen ganz selten hier. Ich bin erstaunt heute Abend hier über die jungen Leute. Ich finde das hier ganz toll. Ich finde das wirklich super. In der Regel, wenn ich mal Vorträge halte oder sowas. Ja, da sitzt so unsere Altersklasse drin. Aber die Jungen, die es hauptsächlich primär im Angehend betrifft. Die interessiert es irgendwie überhaupt nicht. Und dabei greift das so ins Leben ein. Man erträgt es kaum. Sie hat noch eine Frage. Welche Energie ist erneuerbar? Es gibt keine erneuerbaren Energie. Sie hat tatsächlich immer nur Umwand. Ja, genau. Wissen Sie, ich war ja jetzt vorbereitet heute Abend hier mal die Standardfragen zu kriegen. Haben Sie eine andere Native? Dann sage ich immer erst Ihre Frage. So bewirkt ja, dass Windkraft an sich eine Alternative wäre. Wie Sie jetzt gesehen haben, ist aber Windkraft keine Alternative. Wozu soll ich Ihnen also eine Alternative nennen? Ich kann Ihnen Alternative nennen. Eine Alternative heißt, wir müssen das, was wir wirklich nicht brauchen. Ja, also diesen Wahnsinns Flugverkehr mit dem Warenaustausch, Globalisierung, wo wir Energie verbrennen ohne Ende. Diese Sachen mit Kreuzfahrtschiffen und so. Da sollten wir mal anfangen. Ich muss also nicht in die Metro gehen und da fangen Frisch und Fritsch von anderen und sagen, dass wir uns gerade leben haben. Das geht nicht. Brauchen wir nicht. Da sollten wir mal anfangen. Da sollten wir mal anfangen zu sparen. Ja, und zwar vernünftig zu sparen und sagen, was brauchen wir wirklich. Durch den Markt, nicht durch irgendwelche Vorbeschriften. Das habe ich so noch gar nicht erwähnt. Nein, natürlich nicht. Aber wenn ich mir die Globalisierung anschaue. Globalisierung heißt weltweiter Handeln. Weltweiter Handeln heißt weltweite Transporte und dann verbaut uns mit der Energie. Da muss man irgendwo abwägen, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. In der ganzen Linie mit AfD. Ich sage mir, wir Menschen sind halt so konstruiert, haben und noch mehr Häuser, schneller, besser. Ich glaube schon, dass wir Menschen in manchen Bereichen regulativ brauchen, weil wir Menschen ansonsten diesen Planeten hier wirklich platt machen. Aber wir halten den zusammen. Und da ist es halt wirklich so. Ich weiß, dass es natürlich nie von der AfD ist. Aber ich sage mir, diese ganze Globalisierung. Man muss das von zwei Seiten sehen. Ganz klar, wenn ich weltweiten Handeln habe, dann heißt das weltweiten Warenaustausch. Und dann heißt das, da wird Energie vertragen ohne Ende. Also, das muss ja alles eben werden können. Und dann muss ich mir fragen, wo können wir uns das eigentlich leisten? Und weil es ist ja immer die Frage nach der Energie. Und dann, wenn ich da hergehe, das ist ja wie mit den Finanzen. Wenn am Ende vom Geld zu viel Monat übrig ist, dann gehe ich ja normalerweise her, als normaler Staatsmüller und sage, okay. Also, wenn ich es womöglich habe, entweder ich an die Bank überfallen, oder ich kann auch gucken, dass ich mit dem, was ich habe, auskomme. Ich muss also meine Ausgaben irgendwie in den Griff kriegen. Und genauso ist das mit der Energiebilanz. Ich muss ganz einfach abwägen und muss hergehen und sagen, ich gehe ja nicht wieder alles hierher und sage, die Produktion muss dann laufen, wenn wir Strom haben. Also das nicht. Aber mit Globalisierung sollte man da schon mal sehen. Und auch dieses Thema Digitalisierung, das hat zwei Seiten. Die Verwaltung von den Bitcoins im Netz, diese Server. Die verbrauchen pro Tag so viel Energie wie eine Kleinstadt mit 5.000 Menschen im ganzen Jahr pro Tag. Spannende Diskussion. Braucht man das? Das sind die Fragen, die müssen wir uns stellen. Diesen Fragen müssen wir uns stellen. Es hat immer alles zwei Seiten. Es hat immer alles zwei Seiten. Und dieser Planet ist rund und den gibt es nur einmal. Und da sollten wir uns sorgfältig mit umgehen. Das heißt, diese Ware ist nach Gebrauch unbeschädigt zurückzugehen. Sehr gut, die Verwehrung. Ich muss noch Fragen, die ich jetzt noch zulassen wollen. Also, ich wollte nochmal sagen, ich stürme jetzt ein bisschen an dem Vokabular bei der Bezeichnung unserer Politiker. Also, wenn Sie mit den Entscheidungen nicht übereinstimmen, ist das eine Sache jetzt. Aber Politiker als dumm zu bezeichnen, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen unsachlich und ich ehrlich bin. Ist das gewesen, dass es so ist? Ist gut, er hat ja noch mal gewesen. Da kann jeder seinen eigenen Mann vertreten, aber... Ist das gewesen? Ich bin normal, da kann man auf einer saftischen Lebende bleiben. Und... Bitte? Also... Das ist der erste allgemeine Punkt. Ich bin auch nicht verwendet. 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 Also, das war ja auch mal so zum Vokabular der erste Punkt. Und der zweite ist, Sie sagen, Windenergie ist jetzt keine Alternative. Wenn wir jetzt aber Naturwissenschaftler sind, hätte ich jetzt aber schon erwartet, dass Sie, ja, vielleicht noch eine für Sie Alternative präsentieren. Da kam jetzt bei Ihnen ja eigentlich auch nichts vor, bei dem Sie sagen... Sorry, wenn ich das jetzt unterbreche. Sie haben gesagt, Sie wollen eine Alternative zur Windenergie. Nee, ich wollte... Ich frage Sie mal, nennen Sie mal, sind Sie der Meinung nach dem, was Sie hier gesehen haben, das war pure Physik, sind Sie der Meinung, dass die Windkraft eine Alternative ist? Das habe ich ja jetzt gar nicht zur Diskussion gestellt, sondern ich wollte von Ihnen wissen, ob Sie, wenn man jetzt die Windenergie abschaffen würde, wie Sie jetzt weiterverfahren würden. Denn das ist sonst ja nicht wahr. Nein, Herr Gödel, hat der Herr Gödel gezeigt. Er hatte eine Folie dabei, wenn Sie sich erinnern, unten so einen blauen Strich, dann kam so ein grüner Strich, dann kam so ein grüner Strich, dann kam so ein grüner Strich. Und die sind jetzt hier oben drauf, die Windenergie und die Photovoltaik mit Ihren... Ich verstehe Ihre Fragen, die ich mir noch voraus, aber ich verstehe Ihre Fragen. Das war jetzt hier gerade der letzte Abschnitt, den ich gesagt habe. Ich habe gesagt, wir müssen anfangen und mit dieser Energie anders raushalten. Zu der Energie zählt auch der Treibstoff, den ich mit dem Flugzeug rauspulver habe, wenn ich in die USA fliege, da zählt auch zu dieser Energie das Schweröl, was ich verbrenne während der Kreuzfahrt, all diese Sachen. Da sind wir auf der Produktion, auf der Verbrauchung. Und da müssen wir, und ich habe Ihnen gesagt, das ist für mich ein Bereich, wir haben also weltweit pro Tag, weltweit pro Tag 2,6 Millionen Flügen. Da denken Sie sich mal, was da an Energie rausgepulvert wird. Und dann tun Sie doch mal ganz einfach eine Frage, ist das wirklich notwendig? Da sind wir jetzt aber auf der Energieverbrauchsebene. Meine Frage zieht jetzt aber auf die Energieproduktionsebene ab. Und da haben Sie gesagt, das schraube ich nicht vor Augen. Es ist aber so, jetzt mal die CO2-Problematik ausgeklemmert, es ist aber so, dass ja diese Ressourcen, auf die Sie jetzt zurückgreifen würden, ja begrenzt sind. Und mit Blick auf die Atomkraftwerke natürlich auch die mit der Endlagerung auch nicht ganz unproblematisch. Das heißt, früher oder später müssen wir uns auch mal Gedanken darüber machen, wenn wir jetzt die Windkraftenergie jetzt vielleicht nicht haben, aber was können wir denn neben Braunkohle, Steinkohle, AKWs, was kann man denn daneben noch als Stromgewinnung, als Energiegewinnung haben? Da haben Sie jetzt aber keinen Ansatz mehr. Ich behaupte hier nicht, dass ich einen Moment... Ich würde gerne selbst antworten, weil er hat mich auch gefragt. Also zu der Produktion selbst, ich behaupte nicht, dass ich allwissend bin. Ich habe zwar Luftverantwort studiert, aber ich bin in Sicherheit nicht allwissend. Ich weiß, dass man zumindest jetzt im Moment an alternativen Kraftstoffen, synthetischen Kraftstoffen forscht. Man forscht da dran, könnte vielversprechend sein, können wir...